Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia Definitive Edition Let's Play mit Arnus Fenster. Das muss jetzt sein. Oi, oi, oi. Hm. I don't have a daughter of my own, Tom. I'd do anything for Luigi's little girl. So would I. We all would. That's right, boss. Anything for Luigi and Sarah. Do those bastards think this is fucking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Our business is protection. But who's gonna pay up when they learn we can't even protect one of our own as she walks home from work? So what do you want us to do? Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies. Put them in wheelchairs. Bust their faces up so bad. Even their mothers can't look at them without screaming. Now does anyone know where they hold up? My friend on the forest says we should start looking into Chinatown. And Big Biff will know something. Tommy. Go to Vinny. Get us some gear. Meet me at Biff's place. Yeah, okay. Hab geht das Biff. Leave these punks laying in the street. I want everyone to know. We do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. You got it, boss. Sehr schön. Some of these sons of bitches could still be on our turf. I'll check the neighborhood. Make sure they're gone while you see Biff. Go ahead, honey. Yeah, same. Okay, so when you're done with Vinny, come find me in Chinatown. Alles klar. Let's go bust some heads. Ab geht das Gewitter. Nochmal gucken, ob sie ihr Comic-Bücher oder Zigaretten-Schachteln gibt, die man einsammeln kann. Denn, ich habe gesehen in Episode 2, wir haben doch glatt welche übersehen. If I were a young man, these men would be under the bridge, throat is slit, full of shit. Das scheint auch ein krasser Mabberpacker gewesen. Don't worry, Tom. No. This guy has got a job for me. Some place out of town. Don't worry about it. It will keep you back. So, dann gehen wir mal zu Kollege Vinny Nacht. Oh, ein regnerischer Tag. Ach, traumhaft. Richtig schöner Regen hier. Ja, schön, schön. Was ist der Vinny denn da fertig? Was liebt der uns denn? Ein regnerischer Tag. Gut, um ein paar Schädel zu spalten. Oh, ja, 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 ja. Komm schon. Dann holen wir uns mal ein Auto. Und heute ist doch ein Tag für... Also für den... Nicht fürs Kabel. Oh, ja. Innenraumfarbe ändern. Bringt... Ach, doch. Ist einfach nur Englisch angezeigt. Sehr schön. Schön hell. Damit man die Blutflecken sieht. Oh, 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 oh. Und ab geht's. So. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin wieder wichtig. Hübsch. Also auch nie so regnerisch. Hübsch. Gefällt mir. Oh, das ist aber höchstgradig illegal, was ich möchte. Erst mal fahren. Hey, Bruder, ihr könnt an mir vorbeifahren. Ich hab hier eingefahren. Hey, Jungs. Okay. Offenbar ist die AI so programmiert, dass sie stehen bleibt, wenn ein Auto in ihre Richtung guckt. Geil. Sehr unterhaltsam. Machen wir es alle Autos? Es muss sich... Oh, oh, das Plätzeauto. Das wollen wir nicht, ähm, testieren. Die bleiben stehen, wenn ein Auto in ihre Richtung guckt. Ist das geil. So. Dann gucken wir mal, was Kollege gibt es zu sagen. Achso. Ja, hier müssen wir parken. Natürlich müssen wir hier parken. Schön. Achso, das Auto ist aus. Da steig ich aus. Geiler Typ. Hi, Bruder, so. Wieso hat Biff in diesen Dumpen, ich weiß nie. Gib ihm einen Freude. Er ist in Liebe. Ah, du hast ja einen Schäfer, der Zeit, dass wir die Shanghai-Skin-Flecks verhörten. Ich mag ihn immer. Wahrscheinlich, Tom, du hast immer so verhörst. Hm, 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 hm. Äh, die Ambienten-Musik ist auch geil. Das ist mir, ähm, bei der Sarah-Mission schon aufgefallen, dass die, die Mucke, wenn du so durchs Viertel gehst, so richtig lebendig und schön ist. Und hier halt auch, voll gut. Biff's Pornshop. Biff, du fachst. Wie geht's? Schutmau, nicht mehr Geld. Du holst mir unsere Geld. Du holst mir alle Geld. Das Office. Schön, dass du dich sehen hast. Biff, wir haben Geschäft. Da drüben, bitte. Nein, das ist nicht mehr Geld. Also, was ist das Beef? Need some information. Got some jokers causing trouble. They mess with Luigi's daughter. Plenty of hoods around. You got any more? One of them's a weasel, named Billy. Pals with a prissy chump and a bruiser with a bald head. Right, right, I know them. They're set up in the old service station in a block over. They hawk some gear every now and then. Small time. That's why I need to come to you, Biff. You're good with small time. Out of the bag, cross the street. You'll find them there. Thanks. Danke, Biff. See you around. Hey, Pauly. About that dough? Relax. Just waiting for my guy to come through. It'll be next week. Just sit tight. So, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwie... Ja, ein Comic-Cat. Detective Magazine. Uhu. Oh, hallo Frau. Na gut, dann nicht. Sag mir nicht hallo. Ach, guck, die streiten sich. Ja, schön. Ja, schön. Einfach mal hallo sagen. Und man, die Tür klopfen. Hab ich nicht vor. So. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir die Aufnahme unterbrechen, beenden oder wie auch immer man das sagen möchte. Und ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.